Buki! Buki, issgut! Buki! Lexi! Buki, issgut! Buki, issgut! Buki, issgut! Buki, issgut! Jahrzehnau! Der Zähne. Der schläft. Jeder schläft nicht. Ja, ja. Ich höre ich die Leute nicht rum. Und Lexi büllt eigentlich nicht. Gar nicht. Also fast nie. Ja, die kleine. Die kleine. Der Kaffee schläft nicht im Gehen. Der Kaffee trinkt mich. Als der Kaffee trinkt mich. Matthias, naja. Ich habe jetzt nur fünf Minuten. Okay. Na? Werner, wollt ihr euch einen Namen schenken? Wo ist denn da drin? Wo ist denn da drin? Ja, komm, du machst das Geschirr noch ab. Wuschel! 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 Du bist nicht der Wuschel, du bist der Wuschel! Terror, Krübel! Guck, die liegen jetzt hier auf meinen Fuß! Alles fair jetzt hier, ne? Oh, das habe ich ganz viele Freude! Ich muss heute mal nach Zauberflug durch meinen Schlüssel. Wuschel und Chips, ne? Ja, es ist nämlich unfair, wenn die anderen dann so einen Griff haben. Unser Drachen rum zu zer. Ach guck mal hier, der macht gleich einer mit! Oh, vielen Dank! Bitte schön! Ach Gott, ihr quollt, Leute! Ihr seht ja Hammer aus! So einen brauche ich auch noch! Nein, stimmt! Aber auch nur, wenn sie schläft! Ach Buki! Wie sitze ich eigentlich auf der Hundekarte? Eigentlich, die Stühle sind auch Hunde, egal wo du dich hinsetzt. Aber meine Hunde sind tolerant, also die akzeptieren das. Das kostet dann ein paar Krauler und Streichle. Das kostet dann ein paar Krauler und Streichle. Aber dass wir so ein Traumwetter haben! Wenn Engel reisen! So ist es fein! Er bleibt nicht so! Buki! Nee, Chipsy! Wo ist Chipsy? Doch, das ist Chipsy! Ja, bist du zu Stress in der Stadt? Nein, weil wir direkt in der Stadt wohnen. Chipsy ist! Buki! Murphy! Buki! Buki! Boah! Buki! Nebri den Hund um die Schulter? Ja! Ah, da beißt dich! Die beißt auch nicht! Du weißt doch wie gleich sie dich bei. Die den nur einmal probieren! Genau! Sie schaut, ob er schmeckt! Genau! Du weißt doch, wie sie bei uns an den Händen lachen. Betsy, langsam. Macht dir das Spaß, Babys ärgern? Oh, du nicht so wild mit den Kleinen. Solange die nicht quietschen, passt's. Sie sucht sich immer die Kleineren aus. Ja. Nee, die sucht sich immer die Kleineren aus. Ja. Einer ist reserviert, zwei sind noch frei. Die sind alle schon wieder weg. Die sind schon wieder weg, ja. Ja, Ronja will schnull doch. Der hat sich seinen Schlafplatz auf dem Kuscheltier gesucht. Ja, ja. Springen auf den Rücken, dann passt es schon, ne? Ja. 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 Ja.